Kommt Ihnen das bekannt vor? Es sollen Gleisbauarbeiten ausgeführt werden und Sie wollen bei der Sicherheit keine Fehler machen. Lisa und Saman fragen deshalb ihren Vorgesetzten Rainer und der erklärt Ihnen noch einmal die neun lebenswichtigen Regeln für sicheres Verhalten im Gleisbau. Die erste Regel? Wir kennen die Gefahren aus dem Bahnbetrieb. Das bedeutet, wir kennen uns im Gleisbereich aus und wir wissen, dass richtiges Verhalten für sicheres Arbeiten unerlässlich ist. Beispielsweise haben wir den Bahnbetrieb im Blick und können herannahende Fahrten und andere Gefahren erkennen und deuten. Weiter geht's. Wir betreten den Gleisbereich nur nach Unterweisung. Lisa und Saman dürfen also erst in den Gleisbereich gehen, nachdem Ihnen Rainer ganz genau erklärt hat, worauf Sie zu achten haben und wie Sie gesichert werden. Wichtig für die eigene Sicherheit ist auch die dritte Regel. Wir melden uns beim Arbeitsverantwortlichen auf der Baustelle an und ab. Nur so ist bekannt, wie viele Beschäftigte sich auf der Baustelle aufhalten und wo sie sich befinden. Der Arbeitsverantwortliche kann sich so vergewissern, dass allen die Sicherungsmaßnahmen bekannt sind und alle zu jeder Zeit gesichert werden. Und wenn wir zur Baustelle wollen, denken wir daran. Wir benutzen nur die vorgeschriebene Zuwegung zur Baustelle und benutzen grundsätzlich Verkehrswege außerhalb des Gleisbereichs. Auch wenn der Weg über das Gleis vielleicht schneller ist, sicher ist das nicht. Im Gegenteil, es besteht Lebensgefahr. Regel 5. Wir arbeiten im und am Gleis nur unter wirksamen Sicherungsmaßnahmen, wie zum Beispiel der festen Absperrung. Fehlen wirksame Sicherungsmaßnahmen, das wissen auch Lisa und Saman, kann es schnell gefährlich werden. Erfolgt die Sicherung durch akustische Warnung, lautet die Regel, Wir prüfen vor Arbeitsbeginn, ob die akustischen Warnsignale der Sicherung für uns sicher wahrnehmbar sind. Und das immer unter ungünstigsten Bedingungen, zum Beispiel bei unter Volllast laufenden Maschinen. Eine große Gefahr ist die Oberleitungsanlage mit einer lebensgefährlichen Spannung von 15.000 Volt. Regel Nummer 7 lautet also, Wir kennen den Schaltzustand der Oberleitung und halten den Schutzabstand ein. Alle sind bahntechnisch unterwiesen. Und alle wissen, am sichersten ist Ausschalten und Bahnerden. Regel Nummer 8 braucht keine weitere Erklärung. Wir telefonieren grundsätzlich nicht im Gleisbereich. Punkt. Egal welches mobile Endgerät sich gerade meldet, Smartwatch, Tablet oder Smartphone, jede Ablenkung kann tödlich sein. Die neunte Regel bezieht sich auf die persönlichen Schutzausrüstungen, kurz PSA. Dies sind zum Beispiel Helm, Sicherheitsschuhe, Handschuhe sowie Schutz- und Warnkleidung. Ohne saubere Schutz- und Warnkleidung sind wir im Gleisbereich nur schlecht zu erkennen. Also, wir benutzen nur geeignete und zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstungen. Lisa und Saman sind jetzt gut vorbereitet. Auch Rainer ist überzeugt, dass beide die neuen lebenswichtigen Regeln verstanden haben. Denn letztendlich geht es um Ihre Sicherheit und Gesundheit und die von uns allen. Achten auch Sie deshalb immer auf die neuen lebenswichtigen Regeln für sicheres Verhalten im Gleisbau.